Herzlich Willkommen zu Raft mit JanisGamer12324.25 Der Floßbau ist Valka, die Welt wird geladen, die Baupläne, die du auf deiner Reise findest, werden automatisch zu den Forschungstischen hinzugefügt. Und Janis, du bist inzwischen angelegt, habe ich gehört. Ich bin an einer Insel angekommen und habe jetzt einfach mal gedacht, ich fahre den Anker runter und warte auf den Hamster, weil den sehe ich hier nirgends. Und damit ein wunderschönes, guten Abend, guten Mittag, guten Nacht, wie auch immer, wann ihr dieses Video schaut um, je nachdem welche Uhrzeit. Es ist Nacht. Hallo, wollen wir einmal schlafen? Ich habe Angst mit dem Umkirchen. Meine F.O.V. hat sich runtergestellt auf 50. Uiuiui. Guten Morgen. Es ist noch nicht Morgen, ich will noch mal schlafen. Kenne ich, kenne ich. Hä? Ich hatte alles auf fantastisch. Warum hat sich das auf gut runtergestellt? Mir haben sich aber auch manche für Dings umgestellt. Also zur letzten Aufnahme war das aber nicht so. Oh, schon gleich. Die werden aber auch alle auf gut gestellt. Als hätte es ein Update gegeben oder sowas. Hm. Ja, hat sich meine DPI hier runtergestellt? Ich glaube, die war auch vorher immer bei 1. Die hat sich auch runtergestellt, ja. Aber ich habe jetzt auch mal ausgefählen, ich hätte 2er. Ich glaube, ich hatte sogar 2,5. Ich glaube, ich hatte keine Ahnung. Auf jeden Fall heißer Scheiß. Ich habe 3 garte Kartoffeln mir nämlich gerade aufgesammelt. Janis, kann es sein, dass wir an der Insel schon gefühlt 3 Milliarden Mal waren? Es kann tatsächlich sein, aber die war direkt da und wo das Segel hingesetzt war. So. Hm. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, wir können jetzt erstmal starten. So. Hier ist nichts angepflanzt. Obwohl. Da mache ich mal Koffeln rein. Nee. Ich sehe hier einen Baum, den ich abbauen kann. Oh, dann waren wir hier scheinbar noch nicht. Hast du noch die Axt? Ja. Das heißt, habe ich noch die Axt in mir, glaube ich, letzte Folge oder so geklaut? Ich habe keine, deswegen. Ich hatte am Anfang die Axt gemacht. Ja, aber das meine ich zwischenzeitlich in der letzten Folge noch die Metallachs kurz geklaut. Kann sein. Boah, hier ist Schlau. Oh nein, da ist ein Viech. Ich habe Angst. Ach du, du springst da wirklich rum. Ich war gerade so, wer springt denn da rum? Ja, wir haben gerade einen Rallying-Gerass. Du kennst das Viech einfach. Das ist auch sehr sauer auf mich, das Viech. Ich gehe lieber mal wieder hin. Oh, Achtung, ich stehe neben dir. Kann gar nichts. Komm. Will ich so jetzt nicht unterstützen? Hey, hey, hallo. Ich helfe dir mal ein bisschen. Brauchst du hier ein bisschen Hilfe? Ja. Ja. Hopp. Alter, was ist das? Einmal, zweimal Leder und noch irgendwas. Ich habe Fleisch, Leder und was hat da was bekommen? Ich helfe es dir dahin, ich habe nämlich einen Kopf bekommen. Oh, wir haben einen Kopf? Mhm. Oh, weg, weg, weg. Ja, warum weg? Ja, der Haie. Der hat wohl hier auch Knabbern. Ja. Der war da eben Knabbern. Genau gesehen. Krass, ich habe ihn nicht gesehen. Soll ich dir hier noch so ein Ding machen? Wo wir die... Ja, vom Kopf. Für den Kopf. Hä? Wo wir den Kopf aufhängen. Am Floß. Achso, ich brauche keinen. Okay. Egal, wenn du die Materialien hast. Ich würde lieber auf Sammelnetze gehen, tatsächlich. Ja. Weil die sind halt wertvoller. Ich würde tatsächlich auf Tauchausrüstung gehen. Mhm. Also, ich würde, dass wir uns... Dass ich uns beiden mal den... Du hast... Sauerstoffflasche und Flossenmacher. Okay. Da brauchen wir sehr viel Seetank. Möglich. Weil jetzt sind wir gerade an der Insel... noch Seetank sammeln. Der ist doch hier bei der Insel oder nicht. Hier? Du. Ich bin da am Holzfällen. Achso. Alter, wissen das? Oh, da brauchen wir eine Schiffe. Oh, Schmutz. Pilze. Höhlenpilz, Höhlenpilz, Höhlenpilz. Höhlenpilz. Uh. Cool. Wie nennen wir den... 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 Das Viech, was wir gerade gekillt haben? Wie nennen wir das? Das nennen wir Harald. Harald? Okay. Dann hängt hier dann gleich der Kopf von Harald Ier. Oh nein, der Ier ist auch noch. Äh, dann hast du die Wände gebaut mit dem Bauhammer, weil dann würde ich da nochmal ein bisschen höher bauen für die Köpfe. Du kannst beim Bauhammer auswählen und da habe ich die stabile Holzwand, äh, die stabile Holzwand genommen. Gute gute Sprachen lernen mit Hamster. Also die stabile Holzwand habe ich da genommen. Die mich erst mal zehn Jahre lang gebraucht habe, warum das Wort richtig ausspricht. Also einfach die normale Holzwand. Nein, die stabile Holzwand. Aber es gibt sogar noch eine... Okay, wir brauchen dringend eine Gäste. Ich habe nicht genug Platzmanager. So, dann ist das nicht schlimm. Dann ist die Wassermelone, Begon. Scharnier, Schrotthaken, oh, Scharnier, Doppelton, einfach Scharnier. Ups. Hm, was kann ich ihn wegwerfen? Wo ist denn unser Warft hin? Wo ist denn unser Warft hin? Genau, da wo es vorher auch war. Tatsächlich. Ich sehe es aber nicht. Ich sehe es aber nicht am Warft. Ja, Mann. Ich sehe es ja trotzdem nicht besser. Ja, es ist ungünstig. Ach, da hinten. Ach, scheiße, da kann ich doch nie mit dem Stein hinwerfen. Nö. Wofür nennt man die Kisten? Sind die auch beim Bauhammer? Hier ist ein Truthahn. Kann ich ihn killen. Boah, ich habe einen Schrotthaken bekommen, alter. Kisten für... Vier Lagerräume, ach du, wie teuer. Ich würde nochmal gerne eine Kiste machen. Ich könnte eine machen. Ja, aber warte, ich kriege das hin. Man kann irgendwie aus der Kiste raus... ...oder nicht. Ja. Es geht nur, wenn alles da von einer Kiste ist und das ist es nicht. Kann man eigentlich so ein Lagersystem machen? Leider nein. Die haben das irgendwann hinzugefügt, aber... Und dann haben wir noch mal eine Kiste... So. Damit ich hier... ...dann hier kommen. In der Tür kann ich doch bestimmt eh nicht schwen. Komm ich überhaupt rüber zu dem Kunden. sprung so ganz lustig sprung hallo jemand da hier ist ein radio ich würde es gern klauen ich bräuchte ansehen neben müllwürfel achtung meine güte noch ein luftfohren das hätte ich in der karton kommt ungefähr noch nicht so praktisch und wie praktisch das ist das weißt du nur noch gar nicht soll ich mir schon mal sauerstoffflasche machen ich glaube dass hier ganz gewinnt unter wasser sachen abbauen wir haben zuerst mal eine bau sachen ab und dann kann ich zwei machen okay dann können wir verkrafte ich nur meine flasche ist ein bisschen ungünstig egal kannst meine tasse haben ich kann die planke nicht aufnehmen das trifft sich ungünstig muss ich mir eine kiste machen damit ich die blöde planke aufnehmen kann ich habe jetzt eine sauerstoffflasche kann ich die mir irgendwo hinpacken oder hier du hast es schon ausgefunden ich habe jetzt mehr sauerstoff kapazität das weiß ich kann jetzt schön unter wasser die ganze kacke abbauen naja nein 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 du weißt schon planken und so sind teuer ich lasse ich nie umsonst holz form dann sind wirklich treu ich nein ich muss irgendwas wegwerfen wo finde ich denn seetan auch unter wasser wahrscheinlich ja 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 so halb können wir uns noch einig habe ich mich erschreckt der hei macht doch gar nix ja auch das ist nicht so schlimm hat niemand bis auf so ein problemchen mit warum fängst du biet an oder was ist hier ja der arme hei hat er auch nicht ein anderer verdient bist du richtig mies das ist ein richtiger mörder geworden denn das kenne ich dich gar nicht die zuschauer auch nicht doch die haben wir uns mit feuerheit dort bewegen gehen ach mal ab ab das hier sieht man seetank hängt an so grün pflanzen ach der hängt da dran ah ja okay ich hab's vielleicht noch eine pflanze aufbauen unser pferd weg kann nicht sein doch mit dem anker wenn ich selber sage das war fährt weg wenn du sagst das stimmt weil du glaubst mir das nicht mal dass sich zu 100 prozent veräppeln ich glaube du glaubst mir das nicht weil ich gleich sterbe wegen dem hai der hei ist toll nichts gegen den hai hallo boah hier läuft ein lama rum vielleicht gibt es ein moin ja noch nicht noch habe ich gerade gekriegt vielleicht ist er auch gleich tot ist ja auch ganz angenehm eigentlich okay perfekt wer ist tot du oder der hei ich mach mich mal wieder auf denk dran dass du bitte auch immer die blöden pflanzen wässerst wenn du sie schon bepflanzt das ist wegen der sonne ach so tut mir leid das müssen wir schon wieder da kommt da wie viel da ist also kann ich denn da rein machen das doch reicht ich bin auch von hinten sitzt dunkel heute sehen die guten zuschauer nichts mehr jenes oder ich auch ja ich möchte den hai doch mal jetzt hier kehren das kann doch nicht sein ja der hat die ganze Zeit der Hund ja hallo der arme hai hat auch ein leben kommst du den mal bitte kehren für mich ich bin zu blöd was machen wir denn hier gibt es einen Bogen ja der ist voll ja also Janis du solltest auch andere Leute respektieren wie ein Hai ne der hat auch ein Leben der kann nichts dafür dass er sein Leben lang gejagt wird noch hat er ein Leben ja schau seine Großfamilie wurde schon gejagt unsere blutsüchtigen Leute wie die wohl eher blutschünstige Ei was machst du denn da hältst die Flasche in die Gaul aber tust eine Wassermelone essen leg dich lieber mal hin die Zuschauer wollen den Tag sehen das machen wir doch eine neue Folge nächstes Mal wird der Hai gekillt ja toller Vorsatz für die nächste Folge schaltet wieder ein wenn es heißt vorhaft ohne Janis Gamer